So, meine lieben Leute, und zwar darf ich mal ganz kurz bekannt geben, wir werden jetzt übrigens ein Giveaway raushauen, das wäre, also was heißt eins, äh, das sind ja zwei, und zwar sind es einmal Saints Row 4 und einmal Chief, beides für den PC und beides auf Steam. Ich werde natürlich die Game-Informationen unten in die Beschreibung packen für euch, damit ihr es auch ein bisschen einfacher habt, damit ihr auch wisst, was ist das, und was ist dies, und was, so, ähm, ich würde einfach mal sagen, bitte nicht böse sein, weil das Video jetzt so knapp ist, und so weiter, und so fort, auf jeden Fall würde ich einfach sagen, ihr checkt das aus, und macht gerne mit, einfach unten in die Kommentare reinschreiben, warum ihr das Spiel haben möchtet, und so weiter, und so fort, also ihr könnt mal machen, was ihr wollt, und, äh, ja, ne, dann würde ich einfach sagen, geht's direkt los, und ich wünsche natürlich einen Teilnehmern viel Erfolg, die werden dann nämlich random rausgelesen. Also, äh, bis dann!